hey willkommen zur neunzehnten folge von gta 5 heute sind ja die ganzen folter szenen dran und das heißt wollen wir mal schauen ich mache jetzt einfach mal weiter ja ich darf jetzt hier auswählen was ich nehme na mal schauen tun sie es nicht r2 den stuhl umwerfen das ist folter das ist nur wasser ne kein benzin ich glaube schon weil da dings drauf ist in chumash right into the western highway oh that wasn't so tough was it huh did you get dad you hear him lives in chumash the western highway schumash you're driving remember terror does not take coffee breaks what a dick mal klar dass ich wieder fahren darf das auto ist schon wieder komplett ganz muss ich das jetzt richtig verschrotten oder kauft er sich jedes mal ein neues ich habe ein auto von bomb gefahren ja wie gesagt er hat seine nutze und wie du siehst, versuchen wir zu vollen Vorteil zu nehmen dann was? das Ding das Ding mit der AG und wir brauchen noch nicht mehr äh 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 mit dem komme ich jetzt nicht mehr weg warum warum müssen wir halt ein anderes auto nehmen da ja ja welk bei seinen Augen will Trevor david dass er als ich ist kein Problem Oh, das ist nur so weit. Wann passiert denn endlich mal wieder was? Ihr könnt euch wenigstens auf die Untertüle konzentrieren, wenn ich mich hier aufs Fahren konzentrieren muss. Man hat das halt gute Bremsen. Äh, ja, wohin? Der Zange, was macht man mit der Zange? Ich hoffe, dass du flossen hast. Nein, 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 nein! Der Eier zerquetschen, oder was? Ah, Zahn! Äh, scheiße. Bitte! Äh, ach, scheiße. Das ist natürlich heftig. Äh, du wirst nicht mehr schüttet nach dem Zeitpunkt. Ich muss weg von hier raus! Oh, 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 oh. Hey, 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 hey. Jetzt? Huh? Jetzt? Jetzt seid du bereit zu sprechen? Ich bin bereit zu sprechen, denn es ist der Tag, ich hab gebetet. Der Zinkepix zu gehen! Das ist, was wir schäuert haben. Ja, 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 den Mann überstehen wir uns jetzt, was sieht er aus? Ich war gebetet. Ich war heim, mittelgegeist. Ja, ja, das klingt, wie du bist. Das muss ich jetzt genug sein. Mittelgeist, mittelheist, mittelbild, was auch immer. Er ist heim, okay? Er ist in der Zangehörer. Er ist für Gott, sieh. Herrschau, ist das genug für dich? Ah, okay, jetzt kann ich jetzt zielen. Der da. Oder der? Was passiert, wenn ich abdrücke? Blende in. Mach einen Telefon, Dave. Wir brauchen etwas mehr Info an diesem Haus. Wir haben eine Party da unten. Ich wähle dich. Bam. Wechseln zu Trevor. Das wird es nicht kümmern, mein Freund. Schau, schau, lass mich denken, ich erinnere. Entschuldigung, zu late. Trevor, zeig uns den Contestant, was er gewonnen hat. Ich erinnere, ich erinnere, ich erinnere. Oh, mein Controller vibriert ganz schön. Benutze... Was mache ich jetzt damit? Oh, um den Schraubenschlüssel zu schwingen. Okay. Ow. Ich denke, unsere Interrogation Techniken waren ein bisschen zu advanced. Wacky, wacky! Wie lange war das? Oh, nein! Also, was habt ihr für uns? Wir brauchen Trev, um Ihre Geschichte wiederholen? Nein! 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 Nein, nein! Nein! Sie hat Bedeutung! Sie hat Bedeutung! Ich glaube, ihr macht das nicht! Nein, nein, nein! Nein, ich bin nicht. Nein. Ich sage dir die Wahrheit. Bushy Beard? Hast du keine Beard-Type an dieser Party? Weil das ist alles, was Mr. K. hat uns gegeben. Nein. Ich dachte, vielleicht würde ich nur zwei Böcke nehmen und sie in unsere Informantik und einen Airstrike auf Chumash Beach kenne. Okay. Bushiger Bart war hier gar nicht mal ganz so falsch. Der hat einen Bushiger, Bushigen Bart. Steve sagt Beard. Was hast du? Er hat aber auch einen Bushigen Bart. Und hier unten war vielleicht auch noch einer. Der hier. Es sind also drei Typen, die es sein... nein, vier Typen es sein könnten. Hat der einen Bushigen Bart? Sieht das nicht von hier aus. Ich kann doch nicht näher ran. Doch, der hat einen Bushigen Bart. So, vier Leute. Lander Beach-Hipsters, wir brauchen mehr. Es wird ein langer Tag, bis du uns ein paar Informationen auf unser Target geben kannst. Oh, ich... 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 ich habe hier... Er riecht... er riecht wie ein fucking Chilli. Ich weiß nicht. Trev, vielleicht noch einmal? Nur um sicher zu sein. Nein, bitte, nein. Ich habe dir gesagt, er riecht. Das ist alles, ich weiß. Ja, komm, das hatten wir noch nicht. Sparky, Sparky! Take another two! Please! And you will kill me! Halte L2 gedrückt um die linke Klemme anzuklemmen und R2 um die rechte Klemme anzuklemmen. Drücke X um mit den Klemmen Funken zu schlagen. Okay,ject. Look at the Jupp in his Patten! Oh, gut! Mr. K., Mr. K., Mr. K., Mr. K., I don't know anything, please, okay, he changed smokes, and his love hand it, what's that, he changed smokes, and his love hand it, ah, okay, in these bearded guys at the party smoke cigarettes, Mr. K. says that he smokes like a pack of two a day, red with cigarettes, thank you Mr. K., Zigaretten, er raucht, und ist Linkshänder. Steve is telling me, he changed smokes, Redwoods. It ain't the cigarettes that'll kill him. It's the guy who put the warnings on the packets he should worry about. And he's left handed. Oh, now I get it. You're telling me to assassinate a guy because he's got faith. What the hell? That was the guy. I had a feeling. It'll check out. Der hat gerauft. Well, we've got him. It's done. Woo, that is a wrap, my friends. Excellent work, the pair of you. Now I got a racquetball game to get to, so Trevor, if you take care of Mr. K., I think we're all set. What the fuck do you want me to do with him? I would say he's outlived his usefulness. Oh, come on. Shut up! That's a sport. I hope that's the right one. Let's go, come on. Why are you taking me to... Fuck, let's just go, okay? I ain't gonna let those G-Man fucking Scumbags tell me what to do. What? You just tortured me. Don't ask too many fucking questions. Let's go, get up. Come on, up the fucking stairs. Alter, that's he can't even run. Oh, for fuck's sake. Come on, let's go. Alright, you got a flight to catch. Okay? Let's get you to the airport. Tut mir schon irgendwie ein bisschen leid. Ach, ja. Hey, how's your mouth? It hurts. Can you speak? Kinda. Are you gonna hold it together? I don't want to go home. I want to see my family. No, 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 you have no home. You have no family, that shit is over. I do. They're in the Morningwood. I love them very much. No, that's your old life. That's over now. You're off the grid. You're one of the invisible people. Just take me home. I'm taking you to the airport. You're gonna get on a plane. You're flying a long way from this country and you're gonna spread your message. I don't have a message. You're a torture advocate. Advocate? The media and the government would have us believe that torture is some necessary thing. We needed to get information. To assert ourselves. Did we get any information out of you? I would have told you everything. Exactly. Torture's for the torturer. Or the guy giving the orders to the torturer. You torture for the good times. We should all admit that. It's useless as a means of getting information. I'm feeling lightheaded. Sometimes you torture for the torturer. But only if they're prepared to pay. I am very unwell. I'm not a fan of torture. So how the type looks like. I think we really bonded. But now I'm having my doubts. I'm not a fan of torture. So. 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 So we did have to proceed. Departures. No one drives me to the airport. Oh my god. Run. You're free. What? But my family is here. Your family is probably the ones who got you fucking in here, alright? Now look, trust no one, alright? You're alone now. Really? Yeah. Really. Now let's go. Fuck off. Come on. Oh my god. 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 Actually thehesion of the house is under, we hand over. You cornered it? Hold me not. What? 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 Hat irgendwas fehler? Well, I afford to get one. 必Smorts but they're. Ja, hab das Lösungsbuch jetzt gerade nicht in der Nähe. Wo wollte ich hin? Zu dem Tee. Genau, ich wollte ja eine Mission von Trevor machen. Oh, hier ist eine Immobilie, die ich mir wahrscheinlich noch nicht leisten kann. Gut, ich fahr zu meiner Markierung. Das wäre jetzt eigentlich eine sehr einfache Mission für Gold gewesen. Neue Konterklammer. Hey Irrer, du machst mir Angst, aber du bist irgendwie cool. Wir sollten mal reden, mit Franklin oder ohne ihn. Egal, Alter. Anrufen? Geht gerade nicht. Egal, Alter. Tee. Tee. Trevor. Genau. Ja, gut. Was ist passiert? Hm. Tee. 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 Das alte Tattoo übermalen. Warum nicht? Ich mache verrückt, schrecklich Kostümwerke. Hm? Na, Oge. Warum nicht? Ja, genau. Das ist auch genau das, was Trevor will. Ich weine, dass es das Arschloch zeigt. Warum nicht? Genau, Trevor Steele. Kann ich auch Kopf oder so auswählen? Nein, kann ich natürlich nicht. Der rechte Arm muss natürlich auch noch voll gemacht werden. Nein, du bist nicht so viel Blüter. Wie ist es, brah? Das ist Arf, da oben. Ich habe mich auf der Wettbewerbe, So, warum werde ich jetzt überall hier... Check out my work. People say, I'm on discovered. Come see us again! Ja, gar nichts von. Oh, egal. Solange ich das Geld habe. Gratis. Warum nicht? So, jetzt alles vollgeklatscht, was ging. Das ist Trevor doch zufrieden hier. Schade, dass man nichts für Kopf auswählen kann oder so. Das wäre es gewesen. Jetzt fahre ich zum Tee, mache dort eine Pause und würde ich dann sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder, ne? Mein Auto ist weg. Das ist doch gerade erst hier abgestellt. Okay, dann bis denne.